Willkommen zurück bei Rocket League. Heute mit dabei natürlich wieder der Major, der Currywurst, der Lennon, der Sarazah, der Dennis und der Anton und wir lassen. Richtig auch. Wir sind 3 bis 3, dabei sein. Juhu! Anton und Major im Team, jawohl. Ey, der Dennis hat schon geklickt, der Assi. Hey, alle schon geklickt. Okay, Auto? Ja, hey, wir sind doch alle schon im Auto. Achso, also jetzt bin ich im Auto. Oh nein. Auto? Kommt, Jungs, kommt, Jungs. Ey, mit Lennon, Dennis und, und, und Sarazah. Ja, das bist du, Wally. Kenn ich, den hab ich schon mal gesehen. Der ist eigentlich ganz okay. Habe ich mal Videos im Netz gesehen? Ja? Ja, ja. Der LMS, der Dislike, Mann. Ja, der Dislike nur diesen Mafuyu X-Channel, der ist nämlich voll low. Wow. Boah! Alter, nice, Anton. Alter, was soll das, Anton, du Dreckskacke? Anton, wir sind in einem Team. Sorry, ja. Aber Anton ist eigentlich voll der Nette, weißt du, so. Und dann jetzt krastet der völlig aus. Der Anton ist so ein Typ, weißt du, als ich ihn in L.A. kennengelernt habe, ey, ich hab noch nie so einen netten Kerl kennengelernt. Bis heute. Bis wir Rocket League gespielt haben. Alter, ich will die gerade... Außer der Koch bei dir im Urlaub. Boah, der Koch im Urlaub, ey, der war so nett, ne. Der hat immer lecker Polo gemacht. Mit dem du Fotos gemacht hast. Ja, ja, die haben zu dritt auf Spanisch gezählt. Polo, Pollo, meinst du, ne? Ich hab, ich hab... Hat der Polo gesagt wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen. Kann ich jetzt nochmal die Geschichte... Ich schreibe in einem Polo. Der Anton, ey, der schleudert die Pille da, aber... Das ist mal ne Freundschaftsstory, ne? Vorsicht, Leno. Sehr schön, der Befragungsschläger. Wir reden hier und sagen uns das einfach voller Weißen. Ja, du bekommst den Trudy auch mal lieber, wir sind hier im Underdog Team. Irgendwann im Leben... Außer, wir haben ja den Leno als Torwart. Irgendwann im Leben, da hängt der... Keine Ahnung, muss der... Dennis so ne Bombe entschärfen und weiß den Code nicht. Dann kommt der Koch von der Seite. Uno, dos, tres! Und dann, ah! Achtung, Curry! Ey, ich mach so ne schöne Vorlage. Der Dennis geht ein, uno, dos, tres! Und dann, oh, mi amigo! Schön, schön! Oh nein, der Tisch vorbei! Der ist gefährlich! Den nennen nur dich... Nein! Nein, der hat's da weggehauen! Was für ein Glück! Amigo heißt Dennis auf Spanisch. Das ist echt so! Rauch, rauch! Mein Amo ist Amigo! Ey, was war das denn? Curry hat den... Ey, was ist mit Ball los? So, der geht jetzt rein. Fuck! Oh, oh, oh! Da hüpft er! Leno! Ja, ey! Du bist so, so'n... Guter Mann! Ja, der Leno ist echt... Was war das denn für ein komischer Artikel? Der ist richtig? Leno! Ja, war schwer, war schwer! Oh, ich glaub der Leno hat grad Besuch! Wie Besuch? Besuch von oben! Von oben? Wo warst du, Leno? John Cena war grad da! Ich muss auch was dafür! Wie denn, der Mutter war grad da oder was? Ja, ich muss auch wissen! Bist du laut? Das Mutter von Leno! Ja, ich bin wieder zu... Ich bin wieder zu emotional! Wenn ich Emotionen zeige, werde ich geschlagen! Ja, alles ging Dennis! Ne Uno, du hast den Ess, Amigo! Und dann kommt die Wuppe! Ja, wieder Dennis schon! Ich hab' nichts gemacht, Alter! Nein! Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Koch meine Mutter war! Der Crystal Meth-Koch vom Dennis, die meinst du im Privaten? Der... Der Mess-Koch? Der Crystal Meth-Koch! Der Crystal Meth-Koch! Der Crystal! Ja? Ja, genau das! Erzähl das? Der ist so heiß! Mann, Leno! Da wird so ein Basti! Das ist fein! Oh nein! Oh nein! Der Anton hat mich weggenommen! Der Major! Der Major war's! Der Herr Major, Herr Major! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Wie geht's denn? Reden Sie mal Kölsch! Ne! Hör mal! Hör mal! Ah! Leben lang rede ich so! Leben lang! Hör mal bitte! Jetzt Anton! Nein! 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 Ey, das wäre so ein Spiel zuge gewesen! Okay, da ist der Dennis zu Glück, den habe ich mich voll verpasst! Alter! Ich spiele so ultra schlecht so! Ich bin gerade überhaupt nicht dabei, so null konzentriert! Jetzt Anton! Anton kommt! Gut weggenommen! Wenn es den Lennon ist jetzt! Dann stehen schon 8 zu 0! Nein! Ich habe ihn schon wieder eingeschätzt! Dumm! Wie er so... Curry, wenn du kickst, dann bin ich da! Oh mein Gott! Ey, ich rolle hinter den Ball! Bin über den Ball gesprungen und war dann dahinter! Kommt gut in die Mitte! Kommt gut in die Mitte! Kommt gut in die Mitte! Ja! Was macht ihr denn da, Major Kurier? Doppel-Safe, Mann! Doppel-Telt besser! Mann! Ey, der Anton ist ne Wucht! Hä? Der ist ne Wucht! Boah ey, Lex! Der ist so eine Maschine, doch! Jetzt haut doch mal einen raus, da bitte! Lange nicht mehr gesehen, sowas! Curry! So jetzt! So jetzt! Hat ich lange nicht gesehen, doch! Hör mal Curry! Hey! Du bist der Typ, ne? Hey! Lenno! Lenörchen! Tor! Tor! Kommt Lallen! Okay! Ich bin alt, Alter! Wie! Ja! Der kommt gut! Der kommt gut! Oh! Da kommt der Anton! Aus dem Notting! Notting Hill! Notting Hill! Der war einfach wegen der Notting Hill-Versuche! Alter! Sorry ey! In dieser Folge bin ich so ultramit! Ich bin begeistert, dass wir nur 1-0 verloren haben! Gott Dennis! Ja, Mann! Ja, Mann! Oder weil es extra laut steht, weißt du? Anton, du bist in der Mitte oder irgendjemand? Oh nein! Nochmal, nochmal! Beim Rallye bin ich super, Alter! Das stimmt sogar echt! Der weiß direkt, worum es geht, ey! Ja, ja, aber das stimmte gar nicht, Alter! Das wird mir vorgeworfen! Ja, ich hab eine Switch-Antenne freigeschaltet! Yo! Das wird mir nur vorgeworfen! Das stimmt überhaupt nicht! Das wird mir seit Jahren vorgeworfen! Ich hätte mich lauter bei der Rallye gestärkt, ja! Das ist aber eine Kane-Fakt! So Curry! Ein Tor dreimal gerettet! Super! Spieler des Tages! Glückwunsch! Okay! Drei, zwei, eins, go! Ab ins Auto! Oh, was ist das denn jetzt hier? Mit wem spiele ich? Oh Gott! Ey, warum muss ich immer mit dem Dennis spielen? So kann man doch nicht in Form! Komm Dennis, wir reißen die Nummer! Wir sind nämlich die besten Rocket League-Spieler auf der ganzen Welt! FC Kürbis! Ja, wir sind ungefähr wie der FC! Wir sind eine Mannschaft mit Herz! Wir sind eine Mannschaft mit Stöger! Vorher muss man sich die Wallen immer so vorstellen, wie so Kürbischreden, weißt du? Mit so einem richtigen, wie so ein Kürbis! Hä? Kürbis! Du meinst wahrscheinlich Kürbis. Oh Gott, der Mittelfeld bekommt was. Ihr Fehler, Alter, wisst ihr nicht was denn... Alter... Kürbis underground, ey. Nein. Was? Bam! Oh, der kommt, der kommt! Fick die Hölle! Das ist doch der Wahnsinn! Nein, es war ein Kürbis nur außerhalb von Köln. Nein, also nicht hier, das war ein Halloween. Geh vorbei! Das war ein Halloween. Dachtest du eine Hüse. Oh nein, der titscht jemand so deutlich auf die Brille. Ah, fuck! Oh mein Gott! Dennis, ich bau auf dich! Okay. Oh nein! Wir Loser! Wir sind solche Loserinnen! Boah! Was für eine Rettungsrektion! Dennis! Das sehen wir doch mal zweimal. Zweimal? Wieso sehen wir das zweimal? Mit dem Zweiten sieht man besser, Mann. So. Das ist eine Defensive. Sehr gut! Ich lieg auf dem Dach! Ah, da hat Anton getroffen, zum Glück. Hey! Oh, was? Jawoll, Tor! Nein, der geht ins Tor! Der geht echt ins Tor! Hoffentlich! Oh! Oh! Hättest du einen Freirückzieher? Ja, der kommt schön, der titscht gut! Nein! Oh nein! Der Ball ist nicht drin! Oh! Sehr schön! Oh! 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 Der Curry, ne? Der geht mir grad echt auf den Zeiger, Mann! Auf den Zeiger! Nein! Hey! Boah! Boah! Einser war grad zum Rückwärtsger! Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Da ist hinten! Ich wollte jetzt bloß keinen Fehler machen, auch, ne? Seh mal in so einer Situation und den Herr Major weggenatzt! Jawoll, Anton! Nein! Kevin! Nein! 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 Boah! Das gibt's doch nicht! Oh! Der Curry! Wunderbärchen! Wunderbärchen! Hi, ich bin Saratzer, ich bin zwölf Jahre alt! Nix da! Oh! Angehalten hab ich den! Am liebsten esse ich Koks! Dann seh ich mir meine Wunderbärchen! Ich will nämlich auch Saratzer Escobar! Was? Boah! Oh! Nein! Das sind ja ganz andere Welten! Das ist der Saratzer, den wir gar nicht so kennen! Ja! Das ist, weil ich Internet mal... Ich hatte die ganze... Ausgemacht hab! Kling! Ey, keine Ahnung, war Glück! Völlig, äh, Dings! Er weiß selber nicht, warum er auf einmal so gut ist! Ey! Bin ja nicht gut, das ist ja das Wunderbärchen! Doch! Hallo, du hast das letzte Spiel... Nein! Oh! Jawoll! Jetzt wollten wir den Walle so loben und dann kassiert er ein Tor! Boah, guck mal hier! So Plätzchen, ey, ganz ehrlich! So Weihnachtsplätzchen, ey! Oh, ey, das waren so Sekunden, dann wär ich dran gewesen! Ey, man muss aber sagen, Saratzer, du hast das letzte Spiel mit zwei Toren alleine entschieden! Vorletztes leider, oder? Achso, ja, kann sein! Ja, leider! Ja, ich hatte mal bessere Zeiten! Zwischendurch! So alle 80 Folgen! Boah, Alter! Mach immer ein gutes Match! Ne, ich hab ja bisher auch noch nicht... Wahrscheinlichkeit! Ich glaub, das ist mein... Weiß ich nicht! Ich weiß gar nicht, wieviel das Spiel das ist! Ich glaub, mein... Zwanzigstes oder so? Mein zweites! Boah! Ja, aber das ist auch sehr... Alles so zufällig irgendwie, ne? So gut kann man gar nicht sein! Jawoll! Man nervt schnell zu! Siehst du am Leno, der dann halt schon 800 Spiel auf der Tacke hat! Aua! Zwei! Ja! Ja, voll! Wir haben kein Tor mehr! Ja, Glückwunsch! Da war ich auch gerade wieder im... Zu viel gelabert! Weißt du? Anstatt da direkt schon mal Gas zu geben hier, wäre der Anton bei mir vorbeisaust! Ja! Ah! Aber man muss auch mal ab und zu sein! Ja, ab und zu, ne? Ist ja Let's Play, genau! Wahrscheinlich! Ich bin im Tor! Zwei! Ja! Bam! Den ist wert! Gott! Der kommt gut! Oh! 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 Schon wieder abgeprallt, die Nuss! Hi Sage! Oh! Sehr geil! Sehr geil! Sehr geil! Wir haben noch... Wir haben noch eine Minute Zeit, ne? Das heißt... Zwei Tore sind durchaus drin! Was? Keiner am Tor? Ich bleib... Ich bin gerade gerutscht! Voll so rückwärts düstert! Wer ist im Tor? Wer ist im Tor? Keiner? Okay, dann gehe ich! Doch! Der kommt nochmal! Der Curry mit Küchenreifen oder was? Oh! Jawoll! Perfekt! Oh! Curry abgedrängt! Oh Leute! Oh shit! Wer ist hier abgedrängt? Oh shit! Der Curry! Jetzt ist mein Chuck, komm! Nix! Nein! Der dreht mich! Oh! Hehehehe! Nein! Ich bin vorne! Ich bin vorne! Der geht rein! Wie vorne? Mit oben vorne! Ja! Der ist im Tor! Ich wollte den mir holen! Ich dachte jetzt nutze die Chance! Gibt's Vollgas und schnappst du den! Hier warte! Hier warte! Ja ich hab's gesehen! Hehehehe! 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 Ah scheiße! Das war mein Fehler! Ich bleib im Tor! Hey! Wir sind ja als... Wir verlieren als Team! Wir gewinnen als Team! Boah! 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 Der ist gefährlich! Richtiger Mann mit... Oh Gott! Der ist richtig gefährlich! Boah! Nein! Nicht reindrücken jetzt! Boah! Beine! Muss man ja mal voll aufpassen, dass man kein Eigentor machen in so einer Situation! Schön! Oh shit! Oh Manni! Wo fliegt der hin? Wo ist er? Hehehehe! Nein! Ein Ehrentreffer muss ja wohl sein! Oh nein! Da kickt der Dennis Mann! Oh fuck! Ich bin für deine Mutter Mann! Der liegt noch! Der liegt noch an der Luft! Dann kommen noch drei Tore raus! Ja mindestens! Geil! Geiles Endbild! Ja okay! Das war... Super Jungs! Super Scheiß! Ja! Da waren wir alle schlecht! Ja! Da kann man nichts machen! Warte! Das erste Match oder das zweite leider schon? Zweite! Das war das zweite! Das war leider schon das zweite! Ja! Mann! Das geht immer so schnell vorbei! Ja! Das ist echt traurig! Mann! Wir können ja eine XXL-Folge machen! Aber... Ne! Ne! Seh ich nicht! Ne! Wir hauen das im Moment so häufig raus! Das ist ja auch nicht schlimm! Da kann man sich auf morgen freuen! Wenn es wieder heißt Rocket League! Und dann kommt da ein neues Match mit dem Currywurst, dem Lenno, dem Anton, dem Dennis, dem Major! Das ist super! Und dann müssen wir mal gucken wie viele Matches wir noch machen können überhaupt! Jetzt heute! Ja! Minus zwei! Ja! Ein, zwei machen wir bestimmt noch und dann gibt es vielleicht wieder eine kleine Pause! Aber Rocket League! Auuu! Jo man! Bis dann! Tschüss! Ciao!